Sprechen wie ein Profi. Geschrieben und gelesen von Matthias Ernst-Holzmann. Vorwort. Sie möchten so sprechen können wie Ihr Lieblingshörbuch-Sprecher, Lieblings-Synchronsprecher oder Ihr Lieblingsmoderator im Fernsehen? Sie haben einen eigenen Podcast oder möchten Ihre eigenen Erklärvideos oder Ihren eigenen Imagefilm vertonen? In diesem Audiokurs erkläre ich Ihnen alles, was Sie dazu aus Sprechersicht wissen müssen. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie sich selbst mit einfachen Mitteln in Studioqualität aufnehmen können, empfehle ich Ihnen meinen Online-Videokurs Sprache professionell aufnehmen. In diesem Kurs Sprechen wie ein Profi werden Sie lernen, sich selbst aufmerksam zuzuhören und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was Sie tun und lassen müssen, um als Sprecher immer besser zu klingen. Immer besser heißt, jeden Tag ein bisschen besser. Denn Übung macht den Meister. Und es ist bekanntlich noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ihnen wird klar werden, was in Ihrer bisherigen Denkweise über gutes Sprechen falsch war und welche Gedanken Sie zukünftig dabei unterstützen werden, im Laufe der Zeit immer besser zu werden. Für wen also ist dieser Kurs? Für alle, die besser sprechen wollen. Lehrer, Dolmetscher, Berater, Redakteure für Online-TV und Radio, YouTuber, VJs, Moderatoren, Präsentatoren und alle, die vor Publikum sprechen, Studenten, MBA-Teilnehmer, Young Professionals, Führungskräfte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Juristen, Consultants, Ingenieure, Ärzte, Customer Service-Mitarbeiter, Vertriebler und Verkäufer, Studenten, Lehrer, Pflegekräfte, Podcaster und angehende Hörbuch-, Werbe- und Synchronsprecher. Wer Ihnen das erzählt? Mein Name ist Matthias Ernst-Holzmann. Nach einer 20-jährigen Sängerlaufbahn, zum Beispiel am Staatstheater Braunschweig, den Festspielen bei Reut und der Oper Frankfurt, mache ich nun als Sprecherkarriere vor allem als Hörbuchsprecher. Außerdem bin ich seit fast 40 Jahren als Komponist und Musikproduzent tätig. Ich kann also die Materie sprechen, aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und auch Parallelen zum Singen und zur Musik erkennen und aufzeigen. Die Mythen, die sich um beide Themen ranken, sind ähnlich gelagert. Vor allem werde ich aufzeigen, dass eine tolle Stimme, was auch immer das sein mag, maximal die halbe Miete ist, wenn sie überhaupt etwas zu bedeuten hat. Ich werde von den Grundlagen einer gesunden Stimmgebung reden und von der Bedeutung des Gehörs und der Gabe zur Selbstreflexion. Wir sprechen über Dialekte, Akzente und Sprachfehler und wie man sie loswird oder imitiert, je nach Zielsetzung. Wir sprechen von richtiger und falscher Betonung und der richtigen Grundhaltung bei der Interpretation eines Textes. Wir sprechen über das mythenumwobene Thema der Atmung, über das man mehr Unsinn hören und lesen kann als zu jedem anderen, außer vielleicht zum Thema aufwärmender Stimme. Sie werden lernen, was sie tun müssen, um mit robuster Stimme laut sprechen zu können, ohne sie zu überlasten, sofern das denn überhaupt nötig ist. Ich möchte, dass sie schnellstmöglich in die Lage versetzt werden, ihren Weg zum besseren Sprechen alleine zu gehen, denn ich war noch nie ein Freund von langem Herumgerede um den heißen Brei. In diesem Sinne, zur Sache bitte, los geht Ihre Reise mit dem Ziel, ein besserer Sprecher oder eine bessere Sprecherin zu werden. Betonung Der Ton macht nicht nur die Musik, er macht auch die Sprache. Jetzt möchte ich Sie dafür sensibilisieren, wie extrem wichtig die richtige Betonung bzw. die Betonung überhaupt für die Übermittlung der Bedeutung eines Textes ist. Spüren Sie jeweils genau in sich hinein, welche inhaltliche und welche sinnliche Bedeutung Sie dem gehörten Text in der jeweiligen Vortragsform geben. Die Beispielsätze sollen verschiedene Situationen abbilden, die im realen Leben, in einem Hörbuch, in einem Imagefilm oder Erklärvideo oder in einem Werbespot vorkommen können. Beispielsatz 1 Du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Beispielgruppe A Unterschiede allein durch andere Betonung einzelner Wörter. Du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ja, du bist die schönste, keine andere. Du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ja, die schönste bist du zwar, aber andere hatten andere Vorzüge. Die eine war netter, die meisten intelligenter. Du bist die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Du bist zwar die schönste Frau, aber dieser Mann da gefällt mir viel besser. läge 入